Wir müssen weiter. Gut. Oh, na gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du durchkommst. Ich dachte, sie hätten uns. Ich weiß. Dammt. Egal. Egal, egal, egal. Na komm. Natürlich, sie und alles voller Clique. Was auch sonst. Ich gehe erstmal in diesen Zug hier rein. Eins, zwei, drei. Vier Stück sind das, ne? Und so wird's gemacht. Tut. Tsche, 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 tsche. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, dass ich hier nicht... Was? Ähm... Könntest du auch versuchen, so rumzuballern? Ich hab jetzt... Okay, ich hatte genau diese beiden Klicker vor mir und eine ist auf mich zugelaufen. Schnapp dir was du kannst und dann lass uns gehen. Guuuut. Nicht gut. Einen Stein nehme ich auf jeden Fall mit. Das klingt vielleicht immer ein bisschen lustig, aber... Aus der Erfahrung heraus... Steine bringt's ab und zu wirklich. Oh, da ist sogar noch Medica. Nice. Ich kann mich gleich nochmal verarzten. Und bin wieder voll. Dieses rote Licht macht das so ekelhaft, ne? Ich kann mich heute nicht wirklich viel umgucken. Aber die müssen einfach nur mal richtig schnell hier raus. Wie gesagt, ne? Einfach richtig schön schnell hier raus. Ja. Alles okay? Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ach, der Weg ist versperrt. Aber nur Notiz. Jules. Ah, warte, ich kann's wenden. Jules. Ach du Kocke. Ich hoffe, du hast es raus geschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern. Aber nichts Schlimmes. Uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über die Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leichen einer längst verstorbenen Mannes wacht über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser von dem zu leben, was die Erdons schenkt, als an diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Zachary sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das Seraphitenlager. Er nennt es Haven. Und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihnen so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein, sogar optimistisch. Ich bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Ray. Okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wer Jules ist. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars? Ich frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat und die Wolves ausgeweitet hat. Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Äh. Scheiße. Blitzert hier noch was? Nein. Hat das gerade. Scheiße. Hast du jemals sowas gesehen? Blotar haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Blotar. Was immer, die wir kämpfen, wir sollten uns sich gegenseitig töten lassen. Oh ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich werde nicht wissen, was das war. Ich geh einfach hier raus. Ich werd's wahrscheinlich irgendwann herausfinden, aber... Toter Klicker. Die mag ich am liebsten. So, schnell mal hier. Ich glaube, hier ist ein sehr guter Punkt, mal kurz abzuspeichern. Oh, schnell. Spiel speichern. Seattle Kapitol. Jo. Wir schalten das Team nicht aus. Perfekt. Und dann mal ganz kurz an die Werkbank gehen. Ah, wir haben noch nichts. Alles klar. Alles klar. Ist auch soweit, glaube ich, nichts drin. Oh doch, hier ist was drin. Aber wie hier was drin ist. Hab ich hier drin selbst eingesperrt? Hallo, Dino. Oh. Wir haben noch eine Leiter. Okay. Wie kommen wir da hin? Es muss einen Weg darüber geben. Ähm. Irgendwas, was ich da runterschiebe. Stimmt. Irgendetwas, was ich da runterschiebe. Ich hab da so ein Gefühl. Bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Das ist eine Werkbank. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir alles auch nichts. Ah, hier ist es. Das sollte gehen. Wuch. Äh, halt. Nein. Ja, eins. Jo, hat geklappt. Na los, Dino. Zeig mal, was du drauf hast. Gott. Voll, voll, voll gefällt mir. Ein paar Lappen. Hier sind noch ein paar Pillen zur Selbstverbesserung. Medi-Kids. Oh, ich keine. Sehr gut. Dann sind wir hier fertig. Und ich hoffe, wir kommen jetzt hier raus, ey. Ich will hier nicht mehr sein. Klasse-Kanalisation. Dino ist kaputt. Verdammt. Okay, dann wahrscheinlich irgendwie hier durch. Dino. Hier lang. Die kriechen doch Locken. Ich will es sehen. Ich will es sehen. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Juhu. Was war das? Was das war, kann ich mir gut vorstellen, so eine laufende Landmine halt, ne? Zwei da, Sekunde. Kann ich die aussch- gar nicht wahrscheinlich, ne? Kann man wahrscheinlich nicht ausschalten, ich will es aber trotzdem probieren. Was ist das? Ah, ich muss raus. Alter. Scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Ja. Woher kommen jetzt wieder Schambler? Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Ach du Kacke, was sind das denn jetzt für Dinger? Ich will die nicht haben. Ich will die gar nicht hier haben. Mein Gott. Und auch alle von hier hinten, ne? Rein theoretisch müssten die doch dann da vorne nichts mehr haben, oder? Die müssten doch eigentlich nur da, wo die hergekommen sind, äh, hingehen, weil da dürften ja eigentlich so keine mehr sein. Ne? Von der Logik her. Das ist der Raum, aus dem ich... ...ein Tagebucheintrag? Apropos Tagebucheintrag, wir sollten... Achso, das weiß noch gar nicht. So viel mehr drinne. Schambler. Äh, how are... ...the new infected? Wo kommen jetzt bloß die Notifizierten her? Mh... Irgendeine Droge oder so. Oder irgendeine... ...Gas... Irgendeine Spure, die sich mutiert ist. Safe. Da komme ich nicht lang. Okay. Please follow all new Federal Protocols, your supervisor will have the latest up, to date manuals and safety information. Nee. Da waren wir nämlich auch schon drinnen, für das zur Seite räumen. Nein, auch nicht. Ich höre einen von denen noch. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich höre noch ein bisschen was hiervon und dann will ich mal ganz schnell hier weg. Mal sehen, wo uns das führt. Lasst ihr Zeit. Fast geschafft. Okay. Gut. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr wieder zurück. Das ist nicht so toll. Sieht okay aus, soweit ich das sehe. Da war doch was. Ach, noch einen Lumpen. Aber nehme ich auch gerne. Ich schaue nur, als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Oh, da ist was. 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 Da ist es. Vielen Dank.